Guten Morgen. Ich habe es heute schon getan. Und ihr? Und seitdem ich weiß, wie gut es tut, mache ich es öfter am Tag. Es geht nämlich ums Gurgeln. Eine wirklich ganz leichte, tolle Geschichte, die euch gut tut und Körper und Geist erfrischt. Das war Folge 19, meine 21-Tages-Challenge zu Vitamin Grün und Du, Deine Beste Medizin. Mein Name ist Dieter Begel. Ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH. Macht euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao und auf Wiedersehen.